Hallo, ich grüße euch alle, Waldemar Anton mein Name, Hannover 96 und 19. Ich würde mich sehr freuen, oder wir als Mannschaft, wenn ihr uns am Mittwoch um 18 Uhr im Bekischaden unterstützen würdet. Wir sind jetzt zweimal knapp gescheitert und wir wissen auch, wie wichtig Fans sind. Das haben wir im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Schalke gesehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach kommen würdet, uns unterstützen werdet. Und es wird ein einmaliges Erlebnis sein, das kann ich euch versprechen. Seid dabei, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.